So Leute und ja, herzlich willkommen zu diesem Video, das wird hier erstmal ein bisschen ein kleineres Video, aber ich wollte unbedingt wieder ein Video machen und es ist schon dunkel draußen und mein Bruder wartet draußen, deswegen gehen wir jetzt auch gleich die Mangel raus und dann gehen wir ein bisschen Longboard fahren. Erstmal hier die Jacke an und hast du Bock? Wanna feel the sun, wanna feel the sunrise Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir sind hier gerade noch hingerannt, weil im Moment ist es noch hell, wie man da hinten sehen kann und ich habe mein Mikrofon vergessen, ist mir gerade aufgefallen, aber ist gar nicht so schlimm, zum Longboarden ist es nämlich viel besser ohne Mikrofon, um die Kamera immer so zu wechseln, von Perspektive zu Perspektive und so, aber wir haben Mario-Karten jetzt hier runter, ich habe Angst um mein Hemd und um meinen Rucksack, aber sonst geht es uns allen gut und wir haben jetzt hier eine tolle tolle Zeit. Drei, zwei, eins, komm! Drei, zwei, eins, komm! Ja, genau, du kannst ja immer mit zwei Händen anschucken. Ich zeig euch mal, wie man richtig pushen kann, wenn wir einfach nur nach vorne gehen. Und wir sind richtig schnell. Freaking Opfer! Ich steig mit hinten. Opfer! Holy shit! Hier immer ein bisschen bremsen. Und jetzt einfach durchfahren! Und dann fährt man hier so lang aus und... I won! Was sagt man als Verlierer? Ich habe noch Kamera also. Aber wie hast du mich... Alter, holy shit! Und ich habe meine Schuhe geburned. Ich habe meine auch richtig kaputt gemacht. Und ich habe unten scheiße gefasst. Ja, ich würde sagen, es geht ein bisschen weiter noch. So, moin! Leute! Ja, wir waren gerade Longboard fahren. War übertrieben cool mal wieder. Ähm, ja. Jetzt wird es ja mal wieder ein bisschen mehr Sommer. Also ein bisschen. Es ist immer noch kalt und so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß wieder draußen rum zu fahren. Und es ist auch wieder länger hell. Also es ist jetzt 19.45. Und... Zumindest ist es jetzt... Also jetzt ist es gerade dunkel. Aber... Man kann so bis 19 Uhr... 19.30 draußen bleiben. Ohne dass man halt gar nichts sieht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und... Ja, es kam jetzt länger kein Video mehr. Also vom Snowboarden kam ein Video. Aber keins mehr aus meinem normalen Alltag, würde ich mal sagen. Einfach aus dem Grund. Weil... Ich... Ähm... Erstmal gar nicht so arg Motivation dazu hatte. Weil halt immer... Schon das dunkel war. Weil ich nicht wusste, was ich aufnehmen soll. Weil ich hab halt... gegammelt und hab halt Sachen für die Schule gemacht und so. Und ich dachte halt, es ist nicht so interessant zu zeigen, was ich so mache, wenn ich halt in der Schule bin. Oder... Was ich für die Schule mache oder so. Und... Ähm... Weil ich häng natürlich auch nicht den ganzen Tag nur draußen und fahr Longboard. Ähm... Was man natürlich daran merkt, dass ich halt... Dass wir erst um... 18.30 Uhr oder so rausgegangen sind. Ähm... Yes. Und ähm... Jetzt mach ich später noch Essen. Wir gehen noch mit den Hunden raus. Und... Ja. Das ist so der Plan noch für heute. Ich muss noch... Ähm... Matheausaufgaben machen. Weil wir halt morgen Mathe haben. Und ich würd sagen... Also... Wenn ich irgendwo sagen würde, dass die Hausaufgaben wirklich wichtig sind. Dann in Mathe. Weil da muss man nicht mehr so viel lernen. Weil man halt die Aufgaben eh... Immer wiederholt hat und wiederholt hat. Vielleicht müssen auch manche Leute gar nicht Mathe lernen. Dann hier äh... Props an euch. Aber auf jeden Fall... Ja. Das ist so der Plan für heute. Und ich würd sagen... Let's go with this. Hallee! Okay, Leute. Don't remember what I say. Ähm... Ja. Ich hab vergessen zu filmen, wie wir Essen machen. Oder wie ich Essen mache. Und generell das Essen... Und da kommt mein Hund. Hallo, Einzu. Sag mal Hallo zu der Kamera. Say hello to the camera. Na, put say hello to the camera. Ja, auf jeden Fall. Ich hab's vergessen und ähm... Ich mach jetzt noch ein paar Sachen fertig. Aber es ist, glaub ich, nicht so mega interessant. Deswegen würd ich auch sagen, bevor ich noch weiter vergesse, was zu filmen. Obwohl ich versprochen habe, jetzt zu filmen. Beende ich hier das Video. Ähm... Morgen gibt's dann wieder ein Video. Ich versuch jetzt wieder jeden Tag durchzuziehen. Mal sehen, ob ich's hinkrieg. Ich glaub eher nicht. Aber... Ich versuch's. Und ähm... Besser versuchen, als es gar nicht erst versuchen. Ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, Leute. Hau da rein und... Tschau!